so auch dieses mädchen ist fertig unsere wunderbare kallblutstute die im sommer bei den ausfahrten am strand funktioniert macht das ganz toll steht bei einem kumpel davor haben wir gerade die guapa verladen da habe ich nicht auf den knopf gedrückt ich dumme die hat ein ganz tolles hengstfohlen von alcatraz bei fuß und dieses hier fohlen vom kumpel hat einen ganz tollen vollblutarabe hengst und dann haben wir mal geguckt bretonne mal vollblutarabe passt immer da gibt es ja auch ganz tolle anpaarung mit purer rasse habe ich zuerst gedacht aber nein wir nehmen den araber super das ist ein mädchenfohlen jetzt gehen die beide wieder zusammen ins land bis die kunden kommen die guapa die arbeitet dann am strand mit den touristen beim ausreiten und die perla und es wird dicke die arbeit in der kutsche